Und willkommen zum Torbanschießen mit dem Herausforderer Erich Sautner vom Balinger SC aus der Regionalliga. Tor schauen wir uns gleich an, mit dem du dich hier beworben hast. In Vertretung für Viktoria-Rebensburg schießt Jana Gertgens aus der Nähe von Osnabrück, Fußballerin. Ich bin sehr gespannt. Jetzt schauen wir mal auf das Tor gegen Saarbrücken. Sehr sehr sehenswert. Rechtsfuß sieht man gleich. Schöner Schlenzer. Merkt man, dass der Junge schon einige Vereine hat im Profibereich. FC Halle war mal, Waldhof Mannheim, SC Freiburg. Eintracht, Trier. Wunderbar. Und als gebürtiger Freiburger und Dortmund-Fan, was wollen sie was sagen? Zur Holland? Zur Holland, ja. Kann ich sagen. Absolutes Phänomen. Ich denke, der BVB hat alles richtig gemacht jetzt in der Winterpause mit dem Transfer. Vielleicht genau der Spieler, der gefehlt hat. Hoffentlich für die Meisterschaft. Sehr gut. Klingt sehr sehr gut. Das sagt der Dortmund-Fan. Und jetzt sind wir sehr gespannt, wie das Torwand-Schießen ausgeht. Jana, da liegt der Ball. Ich nehme dich mit nach vorne. Jetzt unten rechts drei Schütze. Und mit ihrer Unterstützung natürlich. Okay, fest kann sie. Der zweite kommt. Der geht weg. Und der dritte. Alle Unterstützung für Jana Gerdgens. Ja, der zählt. Der zählt. Jetzt ist Erich dran. Erich auch drei unten. Schösschener Kultun. SC Balingen. Er weiß auch, wie es geht. Und auch hier wird es der dritte. Das habe ich im Gefühl. Erich Sautner. Gut, dann muss er es halt oben machen. Jana führt mit einem, was da jetzt in Balingen los ist bei deinen Kollegen. So, Jana oben links, 1 zu 0 Führung. Sie hat ja noch zwei. Feuer frei, oben links. Okay, jetzt der dritte nochmal mit richtig Unterstützung. Auch der war gut. So, der Ball ist warm für Erich. Der macht jetzt drei oben, habe ich im Gefühl. 2 zu 0 Führung für Jana hier beim Torwandschießen. Sag mal, mit der Karte. Mit der Kante, da ist irgendwas. Jetzt noch zwei zum Ausgleich. So. Ach, schade. Der hätte zwei gezählt. Trotzdem, vielen Dank, Gerich. Gute Besserung. Ja. Gerne herzlichen Glückwunsch. Danke schön. Danke schön. Danke. Danke schön. Untertitelung des ZDF, 2020